Ich hab's euch versprochen und nun es ist da und damit würde ich auch schon sagen, was geht ab Leute, euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um das Gewinnspiel und hier als allererstes wollte ich mich bei euch bedanken, vielen Dank für euren Support Leute und vielen Dank für die 450.000 Abonnenten. Auf jeden Fall wäre dieses Gewinnspiel zum Teil nicht so cool ausgefallen, wenn ihr mich nicht so krass supported hättet in den letzten zwei Wochen. Denn wie ihr sicherlich wisst Leute ist das Creator-Unterstützprogramm rausgekommen, wo ihr natürlich eure Lieblings-Creator unterstützen könnt und das natürlich vollkommen kostenfrei für euch. Und durch dieses Feature Leute konnte ich einfach viel mehr krasse Sachen hier in dieses Gewinnspiel reinpacken. Ursprünglich hatte ich geplant gehabt da 500 Euro zu investieren und jetzt habe ich einfach das Geld vom Unterstütz-Ein-Creator genommen und stecke es jetzt hier in das Gewinnspiel rein, einfach nur mal als Dankeschön, weil ihr einfach so krass am supporten wart. Also falls ihr mich weiterhin supporten möchtet, denn Leute, ihr wisst selber, bald ist Weihnachten und dort wird es auch auf jeden Fall ein mega krasses Gewinnspiel geben, denn immer an Weihnachten verlose ich immer richtig krasse Sachen. Auf jeden Fall, wie ich bereits sagen wollte, ist, wenn ihr mich weiterhin supporten möchtet Leute über die Creator-Funktion, dann könnt ihr natürlich gerne meinen Creator-Tag eingeben und zwar alles ganz groß geschrieben, frpz-yt. Mit jedem Kauf unterstützt ihr mich und dadurch können wir einfach mega coole Gewinnspiele wie dieses hier veranstalten. Würde mich mega freuen, wenn ihr mich weiterhin supporten würdet, das Ganze ist natürlich für euch freiwillig, aber wäre auf jeden Fall eine mega coole Sache. Das nächste Gewinnspiel steht auf jeden Fall vor der Tür. Aber Leute, hier in dem Gewinnspiel geht es natürlich um so einige coole Sachen. Als erstes möchte ich mal sagen, was ihr denn überhaupt tun müsst, um hier mitzumachen. Das ist ganz simpel, Leute. Ihr könnt bei diesem Gewinnspiel mitmachen, indem ihr natürlich Abonnent seid und das ist sehr wichtig. Ihr solltet auch am besten die Glocke aktivieren, um keines der Videos zu verpassen, aber auf jeden Fall müsst ihr Abonnent sein. Das ist auf jeden Fall ein Pflichtpunkt. Dann, Leute, müsst ihr die Videos mit Hashtag Fraps450k kommentieren. Dieses Gewinnspiel ist ja als Dank für die 450.000 Abos und allgemein als Dank für den Support und deswegen habe ich mir einfach diesen Hashtag hier ausgedacht gehabt. Das solltet ihr unter jedem Video kommentieren, wo ihr Bock drauf habt. Umso mehr Videos ihr kommentiert, umso höher ist eure Chance. Denn ich werde durch einen Zufallsgenerator die Gewinner auslosen und aus jedem Video, was ich veröffentliche in der Laufbahn, wo dieses Gewinnspiel läuft, werde ich 1-2 Gewinner rauspicken. Was auch noch mega cool wäre, ist, wenn ihr mir auch gerne mal einen Daumen da lasst. Das wäre auch auf jeden Fall mega nice von euch. Und was für mich nochmal wichtig wäre, ist, dass ihr die Abos und Playlists für gelikete Videos auf öffentlich stellt, damit ich sehen kann, ob ihr Abonnent seid und die Videos wirklich geliked habt. Auf jeden Fall, Leute, ist es so, dass ich das Ganze jetzt nochmal ganz kurz zusammenfasse, weil das Ganze waren jetzt auf jeden Fall viele Informationen auf einen Schlag. Also um beim Gewinnspiel mitzumachen, solltet ihr auf jeden Fall Abonnent sein und die Glocke aktiviert haben. Ihr solltet dieses und die zukünftigen Videos mit Hashtag Fraps450k kommentieren. Und es spielt hier auch wirklich gar keine Rolle, ob ihr jetzt nur das Hashtag kommentiert oder ob ihr irgendeinen Text dazu schreibt und das Hashtag beifügt. Spielt wirklich keine Rolle, Leute. Hauptsache, das Hashtag ist mit dabei, wenn ich das Ganze auslose. Und dann ist es noch so, ich würde mich natürlich mega über einen Daumen freuen. Bei jedem Video wäre auf jeden Fall mega nice. Und Leute, was ihr auch noch sicherlich wissen solltet, ist, dass ich die ganzen Gewinner mit einem Zufallsgenerator auswähle. Das heißt, jeder hat die gleichen Chancen. Niemand wird mehr bewertet oder niemand wird, sag ich jetzt mal, unfair behandelt. Und das Ganze werde ich euch natürlich auch noch als Video zeigen, wie ich jeden Gewinner auslose. Die Gewinner werden auf jeden Fall bekannt gegeben durch ein Video. Und zwar geht das Gewinnspiel bis zum 30. November und die Gewinner werden so circa am 1., 2. oder am 3. Dezember bekannt gegeben per Video. Ich hoffe, dass alles soweit in Ordnung ist und alles verständlich ist. Für nähere Informationen und weitere Teilnahmebedingungen solltet ihr gerne die Videobeschreibung abchecken, denn dort sind diese ganzen Informationen für euch immer verlinkt. Jedes Video könnt ihr aufmachen und euch das Ganze dort in Ruhe durchlesen, damit ihr einen guten Überblick habt. So, jetzt würde ich mal sagen, dass ich auf jeden Fall zum Punkt komme, was ihr denn gewinnen könnt. Und da fangen wir mal beim allerersten an. Und zwar habt ihr die Möglichkeit auf 100 mal 10 Euro Guthabenkarten, die ihr dann halt einlösen könnt, um euch damit V-Bucks zu kaufen. Ihr nennt mir natürlich, wenn ihr ein Gewinner seid, ganz genau auf welcher Plattform ihr spielt und ich werde euch dann die Guthabenkarte zukommen lassen. Also 100 mal habt ihr die Möglichkeit auf 10 Euro Guthabenkarten, also 100 einzelnen Leute da draußen. Dann wird es so sein, Leute, dass ich als nächstes 10 mal das Deep Freeze Fortnite Bundle verlosen werde. Das wird am 15. November released und ihr habt hier bei mir die Möglichkeit, das Ganze 10 mal zu gewinnen. Und ein Bundle hat einen Wert von 30 Euro. Ihr könnt gerade im Hintergrund ein Bild davon sehen. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, dass es für die Playstation ist, aber es gibt für jede Plattform. Das heißt, ihr teilt mir eure Plattformen mit und dann werde ich halt hingehen und euch diesen Code zukommen lassen. Und ihr könnt dann diesen auf eurer Plattform einlösen. Auf jeden Fall ist es so, dass das Ganze halt 10 mal verlost wird. Und dann als nächstes, Leute, auf meiner Liste haben wir 5 mal Playstation 4 Controller Royal Bomber Edition. Und dort habt ihr die Möglichkeit, einen Controller zu bekommen und einen Code für den Royal Bomber Skin, den ihr einlösen könnt. Und den bekommt ihr dann. Das heißt, 5 mal habt ihr die Möglichkeit darauf. Und das krasse ist, Leute, in diesem Bundle, also für die 5 Gewinner, gibt es obendrauf dann nochmal 10 Euro PSN-Karten, die ihr einlösen könnt für V-Bucks oder sonstiges. Das heißt, ihr bekommt den Controller, den Royal Bomber Code und ihr bekommt 10 Euro obendrauf als Guthabenkarte für den Playstation Store. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, dass wir zum Hauptgewinn kommen. Und der Hauptgewinn ist meiner Meinung nach etwas, was mega krass ist und was die wenigsten von euch da draußen besitzen. Und zwar, Leute, bekommt der Hauptgewinner einen Nintendo Switch im Fortnite-Bundle mit dem seltenen Fortnite-Charakter, den fast keine Sau hat, einen seltenen Gleiter und eine seltene Spitzhacke. Und inklusiv 1000 V-Bucks da drin in dem Bundle selbst. Und das wird auf jeden Fall die Nintendo Switch sein. Ihr könnt bereits ein Bild hier mit rund sehen. Das hat einen Einzelwert von 490 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und dann obendrauf, Leute, gibt es dann nochmal von mir 10 Euro Guthabenkarte für den Nintendo Store. Und damit könnt ihr euch dann auch nochmal hingehen und halt V-Bucks kaufen. Das Ganze hat einen Gesamtwert dann auch nochmal von 400 Euro. Und insgesamt, Leute, kommen wir dann auch hier auf einen Gesamtwert von über 2075 Euro. Das heißt, das Gewinnspiel hat einen Wert von 2075 Euro. Und dann kommen nochmal auf mich halt die Versandkosten hinzu, die ich natürlich tragen werde für die einzelnen, also für die Controller. Und für die Nintendo Switch muss ich die ja verschicken an euch. Und dann fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was ihr halt wissen solltet. Also, der Hauptgewinner bekommt die Nintendo Switch in Fortnite-Bundle inklusive 10 Euro Guthabenkarte für den Nintendo Store. Dann habt ihr die Möglichkeit auf 5x Playstation 4 Controller inklusive Royal Bomber Code plus 10 Euro Guthabenkarte für den jeweiligen Playstation Store. Und dann, Leute, gibt es 10x das Deep Freeze Bundle für Fortnite für eure Konsole bzw. für eure Plattform eurer Wahl. Und als letztes habt ihr dann die Möglichkeit, bzw. 100 Leute von euch haben die Möglichkeit, 10 Euro Guthabenkarten für eure Plattform zu gewinnen. Ich würde mal sagen, Leute, das ist, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ein mega krasses Gewinnspiel. Und ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich hier offiziell sagen, Leute, die Gewinnspiele fangen jetzt an. Vom 28.10. bis zum 30.11. geht das Ganze. Ihr müsst nur Hashtag Fraps450k kommentieren, solltet Abonnenten des Kanals sein. Und über den Daumen würde ich mich natürlich auch mega freuen. Und dann ist es halt so, dass in diesem Zeitraum, wo das Gewinnspiel läuft, durch diese ganzen Videos, die ich produziere, immer 1-2 Gewinne ausgelost werden. Durch einen Zufallsgenerator. Deswegen, Leute, ist es umso krasser, wenn ihr natürlich in jedem Video kommentiert, das jetzt in Zukunft auf meinem Kanal kommt. Da ihr einfach damit halt die Gewinnchance natürlich erhöht. Ich würde mich dann hier an der Stelle verabschieden. Teilt mir gerne eure Meinung zu dem Gewinnspiel hier mit. Und natürlich muss ich mich auch hier an der Stelle bedanken an alle Leute, die mich bisher unterstützt haben. Sei es mit Creator Support, sei es mit einem Daumen, sei es mit einem Abo oder mit einem Klick. Spielt wirklich keine Rolle, Leute. Vielen Dank für euren Support. Und ich hoffe, dass ich euch eine kleine Gabe machen kann mit diesem kleinen bzw. großen Gewinnspiel, das ich jetzt hier auf die Beine gestellt habe. Und ich wünsche jedem da draußen viel Glück und würde sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow. Euer Frips. Willst du mich unterstützen, ohne dass auf dich Kosten zukommen? Dann gehst du hin und drückst ganz locker hier sie im Shop FIAC und dort gibst du dann meinen Creator Tag ein FRPZ-YT. Nachdem du das bestätigt hast, gönnst du mir mit jedem Kauf eine kleine Provision, mit der du mich unterstützt. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Support, weiß ich zu schätzen. Und jetzt geht's auch schon mit dem Video los. Bis zum nächsten Mal.